Können Sie sich daran erinnern, wie das Verhältnis war zwischen den Amerikanern und der Bevölkerung? Sehr gut, sehr gut. Wir haben also versucht, weil das ging. Wir konnten ja die wenigsten Deutsch, aber wir als Schüler, vier Jahre Englisch, da ging das schon ein bisschen. Und naja, wir haben natürlich versucht, richten auch ab und zu mal was. Also für uns keine schlechte Zeit damals. Und auch versorgungsmäßig hat das dann recht schnell alles funktioniert. Die Amerikaner, kann ich nur Positives sagen, kann ich also überhaupt keine. Das Einzige war dann mal, wenn wir Jungs dann spielten mal und am Rande des Ortes, da waren dann so Fahrzeuge und da hatte mal ein Aufstand so ein Fahrzeug, das waren Schwarze, die haben dann eine Hitlerbüste vorne drauf gemacht. Und wenn wir da vorbeikamen, da haben die dann immer den Hitler-Offer hingegeben. Das kann ich mich noch erinnern. Da kriegte immer Dresche da. Sonst war alles überhaupt sehr positiv, eigentlich die Zeit.